Mit Google Sites lassen sich ohne jegliche Webdesign-Kenntnisse eigene Websites gestalten. Im Vergleich zu anderen Angeboten ist es vielleicht nicht die eleganteste Lösung, sicher aber die flexibelste und was die Funktionen betrifft umfangreichste. Zum Beispiel kann Google Sites gleichzeitig als Blog verwendet werden, wie hier zum Beispiel in den News, wo also die verschiedenen Artikel chronologisch untereinander gesammelt werden. Aber gleichzeitig kann es auch ähnlich wie hier wikimäßig sein, dass man also eine Wissensammlung in dieser Website anlegt und eben die Verknüpfungen von den verschiedenen Inhalten ins Zentrum stellt. Du siehst hier eine fingierte Website einer Klasse. Ich versuchte die Navigation so zu gestalten, dass in der oberen Navigation eher allgemeine Seiten sind, wie eben News, Kalender, dann Hilfe für Lernfilme, die die Website oder den Schulalltag betreffen, die Galerie und du siehst hier hat es auch eine Unterseite. Man kann also beliebige Untermenüs noch anlegen und eine Downloadseite. Während auf der linken Seite nochmals eine Navigation steht hier allerdings eher für inhaltliche Bereiche, also für die verschiedenen Fachbereiche. Außerdem kannst du weitere Infos unterbringen, beispielsweise hier ein Bekantan für das Klassenlager. Es könnten auch Hinweise auf die Hausaufgaben oder so auf wichtige Termine hier zusätzlich untergebracht werden. Wenn du angemeldet bist, so sieht dieselbe Seite ein bisschen anders aus. Du siehst, es hat hier eine zusätzliche Zeile und hier kannst du eben ganz bequem die entsprechende Seite, die gerade offen ist, bearbeiten. Mit einem Klick auf dieses Bearbeitungssymbol erhältst du einen Editor und du kannst hier die Seite ändern. Beziehungsweise direkt auch hier eine neue Seite anlegen oder über mehr deine Webseite verwalten. Soll die Website nur ein Schaufenster auf deinen Unterricht sein, so kannst du sie natürlich selber bewirtschaften. Im Sinne eines kooperativen Unterrichts macht es aber durchaus Sinn, wenn du eben die Schüler mit in die Pflicht nimmst. Über Freigabenberechtigungen kannst du Leute zur Mitarbeit einladen. Du kannst exakt einstellen, wer alles mitarbeiten darf. Du kannst auch Seiten sperren, dass also nur bestimmte eingeladene Leute diese Seite lesen dürfen. Und das ist doch je nachdem eine rechte Entlastung. Und das ist doch je nachdem.